Boxspringbett, Boxbrett, Springboxbett, Boxbett. Man hört immer wieder verschiedene Begriffe für eigentlich ein und dasselbe Produkt. Aber es gibt dann auch wieder so feine Unterschiede, dass manche Begriffe dann doch wieder nicht so sind, wie das eigentliche Boxspringbett. Auf was du hier achten solltest, was diese einzelnen Begriffe bedeuten und vieles mehr erzähle ich dir in diesem Video. Mein Name ist Philipp Warzeck, ich bin der Mitgründer von Jagdbett.de und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Schlaf. Zuerst sollten wir mal klären, was ist denn das Boxspringbett überhaupt? Wie kommt es zu seinem Namen? Wie ist es im Aufbau? Und wie unterscheidet es sich einfach? Beim Boxspringbett ist es so, dass der Name Boxspringbett sich aus diesen drei Begriffen zusammensetzt. Nämlich der Box, also dem Holzrahmen innerhalb der Box, also des untersten Teils vom Bett, dem Spring, dem sogenannten Federkern, also den Stahlfedern, die sich in der Box befinden und dem Bett, ist selbstverständlich, also dem gesamten Bett. Das heißt, das Boxspringbett ist nichts anderes als ein Holzrahmen, auf dem sich eine Matratze mit Metallfedern befinden. Und darauf befindet sich dann eine weitere Matratze und ein Topper. Und diese ganzen drei Lagen zusammen ergeben das klassische Boxspringbett. Im Gegensatz dazu, beim herkömmlichen Bett haben wir nur unten den Lattenrost und darüber die Matratze. Was die Unterschiede sind zwischen einem normalen Bett und einem Boxspringbett, erkläre ich ausführlich in einem anderen Video und das verlinke ich dir rechts oben im Bildschirm. Doch bleibt jetzt noch immer die Frage, was ist jetzt ein Boxspringbett, was ist ein Springboxbett und ein Boxspringbett? Im Prinzip ist es ein und dasselbe. Also es ist so, das eine ist ein Tippfehler, das andere weiß ich, wie sowas passieren kann. Aber das Boxspringbett hat nichts mit einem Bock zu tun, das ist ein Tier, sondern es hat etwas mit der Box, also mit einem X zu tun und das Springboxbett ist einfach zwei Wörter miteinander verdreht, aber es ist kein Unterschied. Diese drei Begriffe sind teilweise verdreht, teilweise falsch, aber es beschreibt immer das gleiche Produkt, nämlich ein Boxspringbett. Im Gegensatz dazu gibt es aber ein sogenanntes Boxbett. Wie der Name schon sagt, ist beim Boxbett der Unterschied, dass es keine Springs drin gibt. Also Boxspringbett, Holzrahmen, Metallfedern, Bett gibt es hier nur Holzrahmen und Bett. Dementsprechend ist es eine günstigere Alternative zum Boxspringbett, weil hier einfach die Matratze drinnen fehlt. Dafür ist es auch wieder so, es ist meistens nicht so langlebig, weil man natürlich auch bei den Materialien spart, weil sie eine günstige Alternative ist. Und es leidet auch der Komfort darunter, weil natürlich man hat sich schon etwas dabei gedacht, warum man das so aufbaut, das Boxspringbett. Aber auch hier haben wir ein ausführliches Video für dich und das verlinke ich dir rechts oben im Bildschirm. Aber fassen wir jetzt einfach noch einmal zusammen. Es gibt das Boxspringbett und das Boxbett da draußen. Das ist so. Und dann gibt es auch noch falsche Begriffe, falsche Abwandlungen davon und das ist das Boxspringbett und das Springboxbett. Aber im Großen und Ganzen kannst du dir merken, es gibt das Boxspringbett und das Boxspringbett. Ich hoffe, ich habe dir mit diesem Video einigen Ärger erspart und einiges beibringen können. Und solltest du noch irgendwelche Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, dann schreibe das gerne unterhalb in diese Kommentare. Und hat dir dieses Video gefallen, dann gib uns einen Daumen nach oben und möchtest du kein Video mehr von uns verpassen, dann abonniere diesen Kanal.